Hallihallöchen und ja genau, willkommen zurück bei Wolfenstein Young Blatt. Was sind wir heute ein bisschen? Hier sind zwei Quests und jetzt sieht man die Wissens alle, guck mal. Aber die Sprüche sind auch so geil, ne? Also irgendwo müssen wir gleich hoch noch. Das ist, glaube ich, hier so ein bisschen das Hauptquartier und genau, das ist der Metroplan. Und ich hoffe, es geht ein wenig, weil ich muss im Augenblick ein bisschen umschwenken beim Aufnehmen. Ich muss im Augenblick Streamlabs OBS nehmen, womit war eigentlich normalerweise Stream, aber irgendwie will OBS nicht aufnehmen. Und es ist wieder Wolfenstein Zeit und irgendwie habe ich gemerkt, mein Mikro, wenn das wirklich runder schaltet, also wenn das auf einmal bei mir auf den Ohren leiser wird, würde scheinbar doch auch eine Aufnahme leiser. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt ein bisschen versucht, was umzuändern. Ich hoffe, es funktioniert ein bisschen so. Es ist mir nicht gegönnt. Ich gucke mich aber erst um, bevor wir Christi hier ansehen, ne? Weil ich habe hier einen Raum gefunden, da liegt eine Kassette. Warte, ich habe hier eine Zeitung gefunden. Wo? Wo? Da liegt eine Zeitung. Hier? Ah ja, die sehe ich auch gerade. Wo hast du eine Kassette gefunden? Hier in dem Raum, weil hier kommst du irgendwo noch lang und hoch. Hier auf dem Tisch. Warte. Und hier ist noch eine Brille. 3D-Brille. Hier ist noch Munition, falls du brauchst. Hier ist noch eine Kassette. An dem Fernseher. So eine Video wahrscheinlich, so wie es aussieht. Fernseher? Fernseher? Ja, hier oben. Ach, da oben. Hä? Oder? Hä? An der Seite direkt hier. Ach da, mein Gott. Alter. Ja, habe ich gesehen. Also ich gucke mich erst mal unten um, weil da geht es irgendwo um. Warte, ich lese doch mal. Sammelbares. Äh. Irgendwie. Der Problem. Mhm. Habe ich die Video-Kassetten? Wann das jetzt? Ich habe da auch eine Zeitung eingesammelt, oder? Video-Kassetten. Tutorial Sammelbares. Ach da. 3D-Brillen. Mhm. Da haben wir schon ein paar. Schauen wir mal eben. Hier einmal. Das ist einmal ein Outfit. Mhm. Okay. Noch ein Outfit. Ein lesebares. 3D-Brillen. Haben wir noch nicht. Neo-Soldat. Okay. Shaffi-Blood. Okay. Ist auch was Sammelbares. Mhm. Also Zoom kann man auch. Okay. Warum auch immer man das machen sollte dabei. Jacques. Jacqueline. Jacqueline. Der stumme Begrabscher. Ne. Weiß ich nicht. So. Was haben wir denn noch hier? Konzeptart. Lesbares. Wir haben noch was lesbares. Lutzwunschliste. Lutzwunschliste. Lothar Brandt. Gefangen nehmen. Den Stern zum Großkreuz des Eisernen Kreuzes erhalten. Terror-Billy töten. Wie Terror-Billy töten? Bin ich überhaupt nicht für. Das Schicksal von die Käfer ergründen. Ah. Da hat er ein Kreuzchen hinter. Die Venus besuchen. Hat er kein Konzept hinter. Das russische Ödland mit eigenen Augen sehen. Pilgerfahrt zum Kanzlerdenkmal hat er auch gemacht. In der Osteria Bavaria in München essen hat er auch gemacht. 50 Terroristen töten hat er auch gemacht. 100 Terroristen töten hat er noch nicht gemacht. Fischers Notiz. Männer. Ihr habt sicher schon die Fernsehwerbung für die modische neue Kraftgymnastik gesehen. Oder ein tolles Übungsprogramm, an dem alle wohlerzogenen Kinder des Regimes teilnehmen. Berlin hat dazu ein Memo gesendet, in dem es heißt, dass das Programm ab nächste Woche verpflichtet ist. Unser Trupp wird also jede Woche eine Kraftgymnastik-Einheit durchführen. Und innerhalb kürzester Zeit werdet ihr euch wie neu geboren fühlen. Warum bringt euren Körper mit Intensiv-Tanz- und Gymnastikübungen toll in Form? Wo? Im Ratshauskeller in Klein-Berlin. Wann? Jeden Donnerstag um 20 Uhr. Viktoria, Kommandant Fischer. Was wolltest du sagen? Nichts, alles gut. Gut. Winklers Notiz. Es gibt viel zu lesen. Das lesen wir jetzt alles vor. Und das gehört, finde ich, eigentlich bei dem Let's Play einfach dazu. Das sollte man mitnehmen. Winklers Notiz. Achtung, in etwas mehr als ein Monat jährt sich der Tod der Terroristenanführerin Karen Becker. Wie ihr sicher alle wisst, hat unser geliebter Kanzler, Gott hab ihn selig, diesen Tag zu einem offiziellen Feiertag ernannt. Mir ist vollkommen gleich, welche Regeln diese niederträchtige General Lothar Brandt aufgestellt hatte. Doch mir ist zu Ohren gekommen, dass manche von euch sich nicht für dieses Ereignis interessieren und lieber ins Casino gehen, als das förmliche Feierlichkeiten beizuwohnen. Ich geh auch ins Casino. Diese Haltung ist unerträglich. Unter meinem Kommando ist die Teilnahme an der Feierlichkeiten anlässlich des Todes eines der größten Feinde des Regimes. Absolute Pflicht. Stimmt, Caroline ist da gestorben. Wer am 25. Juni nicht das entsprechende Armband trägt und deren Zeremonie fernbleibt, dem wird eine ganze Woche Sold abgezogen. Wir ehren unsere Toten und feiern die Vernichtung unserer Feinde. Viktoria. General Walter Winkler. Ja gut, Viktoria wäre wahrscheinlich was anderes. Tippe ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, wir haben nicht die internationale Version. Müsste man vielleicht mal auf einem anderen Channel, wen es interessiert, schauen. Ob da nur Viktoria steht oder was anderes, was man da damals so benutzt hat. Die neue Wahrheit, Artikel Nummer 5. Die neue Wahrheit, Artikel Nummer 5. Täglicher Leserkommentar. 5. April 1980, Neu-Paris. Ich bin bloß ein einfacher Videotechniker in einem kleinen Laden in Neu-Paris. Daher behaupte ich nicht, sonderlich viel von Wissenschaft zu verstehen. Aber ich für meinen Teil heiße die Überschwemmungen, wie wir sie in südlich-französischen Terrioden erleben, durchaus willkommen. Meine Überlegung ist es einfach. Wären wir sicher und geborgen in unseren Häusern aus dem Hand germanischen Ingenieure auf ihre vorüberziehenden Warten, werden die Terroristen, die da dem Regime intellektuell unterlegen sind, mit Sicherheit jämmerlich ertrinken. Die Kanalisation ist die Brutstätte für die Untermenschen. Sie hausen dort wie die Ratten. Sollen die Überschwemmungen doch kommen und die Straßen reinwaschen. Soll der Regen doch kommen und den ganzen Dreck aus unserer Stadt spülen. Maurice Lambert, Videokassettenreparateur. Ich glaube, der ist ein bisschen das Hirnvernebel, was manche bei uns in Deutschland mittlerweile durch die AfD sind. Entschuldigung. Was? War was? Ich habe nichts gesagt. So, ich habe noch ein paar Disketten. Da kann ich auch nichts mit machen. Nachtfalter Türcode, den haben wir auch noch. Warum blinken denn? Den haben wir doch benutzt. Naja, und ich habe noch eine Bootleg-Kassette. Tüsen line von den Musikfests, von The Bunkers. Lass dich einfach leiten in die richtige Richtung. Dann lege ich einfach ein. Was denn? Ich habe noch eine verschlüsselte. Da brauche ich ein Terminal für. Schutzposten auf dem Dach. Einfach so, zum Lesen. Naja, warte, hier ist noch eine Notiz. Kann man die? Ne, kann man nicht. So, wir müssen mal eben hier unser... Hier können wir uns noch hochheilen. Das ist gesunde, das ist voll. Oh, hier ist noch eine Zeitung. Hey, soll ja nicht langweilig werden. Faye? Ja? Hier liegt noch eine Zeitung. Hinter dir? Hinter dir? Hinter dir? Habe ich, glaube ich, schon. Ach so, hast du dich auch hochgehalten, falls du musstest. Ah, das ist ein Plumpsklo. Das sehe ich sofort. Hier ist, ja. Oh, ein Landhaus. Sieht aus wie unser. Alter, die Musik ist aber auch sehr witzig. Wie auf den Kassetten sie drauf ist. Wo hörst du denn Musik? Die Kassetten kannst du abspielen. Ach, die kann man abspielen? Mensch. Ja, kriegst du drauf. Moment. Die Kassetten. Kassetten. Manche sind reden, manche... Toots the Line. Live. Bootleg. Oh, ach so, man darf da nicht rausgehen. Das ist natürlich doof. Ja, das ist schade. Hören wir uns nachher mal an, sonst würde es zu lange... Erstmal holen wir hier unten die Quest. Genau, wir gehen jetzt erstmal hier noch weiter gucken und ein bisschen beobachten. Da geht es ja auch noch weiter. Hm, Treppe hoch. Aha. Ja, da wollte ich... Hey, könnt ihr mir etwas... Was? Könnt ihr mir etwas? Wollt ihr schon nach oben? Ich wollte nur mal gucken. Ich stehe jetzt unten die Quest und dann können wir ja einer oben. Ja gut, das können wir natürlich auch machen. Da oben ist doch eh noch eine Quest. Da müssen wir doch eh hin. Ja gut, oben ist auch noch einer. Ja deswegen. Wir müssen mal so oder so nach oben. Hey, wir müssen reden. Habt ihr auch ein Monument? Pender reden. So. Nein. Große Maschinen sind scheiße. Das auch. Nein. Mit der Feli? Ich bin so gut wie tot. Eingabe zum Tagebuch hinzufügen. Naja, ich schon. Sie nicht. Wo sind sie? Hey. Ich bin hier. Ich bin schon... Oh, hier kriegen wir... Könnten wir auch ein Herz holen. Wir haben auch noch Herzen. Warte mal, hier ist auch noch was zum Gucken. Ach, das ist auch noch eine Treppe. Ja, hier ist die nächste Quest, ne? Ja. Oh, hier ist noch ein Notizbuch. Les mal was. Wo ist die Feli? Ich bin hier drüben. Hast du die Quest schon angenommen, oder was? Nee, nee, hab ich nicht. Ah gut. Hier ist übrigens ein Notizbuch. Da, ja? Schwester Härtchen. So, mit Dimitri reden. Untersuchende Außenposten. Nach General Lothars Rückzug konnten wir einen geheimen Außenposten bei Areal 4 für politische Gefangene einrichten. Aha. Aber der Kontakt ist abgebrochen. Okay. Ihr zwei, bitte geht dorthin. Jo. Untersucht den Grund dafür. Herr Schauzer, ich habe schon was. Gesundheit. Was? Hatschi. Wenn ihr fertig seid. Ja, natürlich. Ähm, da geht's auch. Guck mal, das Wasser. Hier ist Gewächs. Und da geht eine Treppe nach oben. Ja, erstmal Gewächs hier gucken. Was ist das da hinten noch? Hier ist ein Bötchen. Jedes Bötchen gibt ein Tönchen. Hier ist auch noch eine Brille. Cool. So, zack. Haben wir auch noch eingesammelt. Oh, hier ist noch. Ah, hier sind wir noch. Genau. Munition. Munition, ne? Munition. Warte mal, hier ist auch noch ein Weg. Was, wo? Ja, da kommen wir doch wieder hin. Bobnase. Und da geht's auch hoch. Jetzt haben wir zwei Entscheidungen. Das ist, glaube ich, relativ egal, wo wir hochgehen, oder? Das Ausgang. Wo steht ein Ausgang? Oh, steht da. Ja, dann gehen wir an die andere Seite mal hoch. Komm, Schmesserjahrts, los. Ja, ich kenne. Hier steht nämlich nix. Nee, deswegen ja. Ach, guck mal hier oben. Wie cool, hier ist auch noch was. Hier können wir dann auch Herzchen sammeln. Ja, genau. Gucken wir erst mal hier so weiter, ne? Du siehst verletzt aus, Junge. Was ist denn? Oh, hier ist so erste Hilfe. Oh, kann ich nicht. Hier ist ein Zettel. Den nehme ich mit. Moment. Ihr Mädels habt Kampfgeist, keine Frage. Ja. Aber ihr seid trotzdem noch... Und hier ist noch ein Zettel. Ihr müsst noch... So ein Buch oder so ein Notizbuch. Wo? Bei der an der Seite. Ach so. Das Notizbuch, ne? Genau. Früher habe ich das, also in Wolfenstein, äh, ähm, Kolossus, habe ich immer sofort gelesen, weil da echt teilweise auch Infos über die Leute so standen. Da ist irgendwas mit dem Kassettendeck. Ah, hier, guck mal, Disco. Hi. Hallo. Hey. Ah, warte, das Kettenterminal. Ich kann die eine... Scharfschützen auf dem Dach. Ah, ja, genau. Das kann ich auch machen. Äh, wie, wie... Ach so. Herr E für Entschlüsselmann. Johann, Sie sind die besten Scharfschützen meiner Einheit, äh, Sie sind der beste Scharfschütze meiner Einheit. Wirklich, ich vertraue einem anderen Scharfschützen, äh, keinem anderen Scharfschützen im gesamten Regime in Neu-Paris, so wie Ihnen. Aus diesem Grund möchte ich, dass Sie auf dem Dach über dem Megatönen-Laden vor dem zweiten Kontrollposten Stellung beziehen. Da sich die ristischen Aktivitäten verschärft haben, müssen wir wachsamer sein. Sie kennen sich ja aus. Auf dem Dach gibt es Munition und ein paar andere Hilfsmittel. Äh, ach so, so scrollt man, ja. Ähm. Hm, hm, hm. Dach gibt es Munition und andere Hilfsmittel. Oh, und ich habe einen Fernseher und einen Videorekorder mit Ihren Lieblingsfilmen nach oben ringen lassen. Viel Spaß, Kommandant Detelief. Cool. Ja, hier können wir so ein bisschen, ne? Das ist alles, was die, ähm... Ja, danke, gut. Ciao. Ah ja, deine Eltern waren beim Widerstand, okay? Schön, ne? Hm. Hm, hm. So, hier ist auch nochmal so, hm, hm, hm. Da kommen wir nach unten. Warte. Da kommen wir nochmal. Ah ja, guck mal. So, ich will natürlich noch nicht nach unten. Oh. Ach, der Tumor. Aber wir müssen realistisch bleiben. Ja, das brauchen wir nicht. Oh, hier ist Muni, die ist Frau, hab ich voll. So, E. Die Katakomben sind deine Operationsbasis, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Kannst du per Schnellreise in die Katakomben zurückkehren? Halte E gerückt, um deine Schwester mitzuteilen, dass du reisen möchtest. In den Katakomben kannst du von anderen Widerstandskämpfern Nebmissionen annehmen. Außerdem kannst du hier deine Munitionsvorrataufstarkung, Nahkampfwaffen an Juries, Werkbank aussuchen, ein Wohlverdienste, Ruhepause einlegen, tolle Musik aus dem 80ern genießen oder ein unterhaltsames Videospiel an dem Automaten zocken. Ja, ich bin gerade aus dem Automat. Vielleicht können wir jemandem hier helfen. Na klar, Schwester. Ja, Schwester. Hier ist noch eine Kassette, Schwester. Komm ich jetzt raus. Escape. Immer meistens Escape. Nee, kommst du nicht. Puh. Oh, ich weiß, welches Spiel das ist. Ja, ich komm hier nur nicht raus. Muss ich kaputt gehen. Ich hab Ende gemacht, aber jetzt Exit Game. Ja, und jetzt? Oh, hoppla. Achso. Ach, du meinst, so raus? Ende einfach drücken. Nee, wie war denn das? Nee. Oder so hab ich gedrückt. Es war auf jeden Fall. Achso, aus der Hauptansicht raus, meinst du? Ja, aus der Ansicht da, genau. Exit Game. Yes. Da musst du einfach immer E drücken. Das ist übrigens Elite Hans. Das ist, ich glaub, das basiert auf Wolfenstein. So, was haben wir denn hier? Hallo. Hallo, Lalla. Lalla. Hier ist irgendwas mit Waffen. Kann ich hier nochmal meine Waffe wegstecken? Ich weiß nicht. Wo ist was mit Waffen? Hallo, hallo. Wo hat die Waffen vor? Oh nein, die hat uns auch noch mal eine Quest. Und hier ist ein Notiz mit Zettel. Das ist wahrscheinlich die Quest, die wir gesehen hatten. Ja, sofort mal. Ja, ja, später. Wir gucken erst uns hier um. Hier geht es ja noch weiter. Ja, du hast immer was für uns. Rüstung habe ich voll. Oh, da ist auch noch was, was ich öffnen kann. Munition, auffüllen, so, voll. Genau, hier ist es so ein bisschen. Genau. Hier geht es, glaube ich, wieder runter. Ja, ja, genau, da geht es runter. Okay, dann müssen wir wirklich zum Ausgang, genau. Sollen wir die eine Quest jetzt hier noch mitnehmen? Oder wollen wir erst die andere machen? Ja, ja, sicher. Kann ich bitte mit euch sprechen? Hier sind, oh, dann hatte ich jetzt Granaten. Ah, hier irgendwo, hier ist noch eine Videokassette. Hier ist noch eine Videokassette. Ja, und hier kannst du Granaten auffüllen, dann noch. Ja, ja, hier unterwegs da über die Kassette. Videokassette. Ja, nicht mit euch sprechen, Zivoplay. Zivoplay, ja, natürlich. Habt ihr gerade etwas Zeit für mich? Ja, kann ich ansprechen? Ja, ne? Oh, nein. Scheiße. Auf keinen Fall. Ne, ne. Achso, Eingabe. Alle. Sonst gab's hier nix mehr, ne? Nö, nö, nö. Wir kriegen im späteren Verlauf, denke ich mir mal, wie es sonst immer war, ähm, dann, ähm, immer wieder Quest, neben Quest und so. Nein, ich mein, das ist nicht das Beste. Achso, achso, wenn, äh, ich glaub, das, ich weiß es nicht, damals war es so, da haben sich immer mehr, ähm, Sachen nachher geöffnet und so weiter, du kamst. Achso, ähm, die waren dann jetzt, so, Missionen. Untersuche den Außenposten. Was denn? Wo ist noch eine Brille? Hier, hier in der Kiste. In welcher Kiste? Alter, äh, warte, warte mal, bevor du jetzt losrennst. Hier ist noch ein Raum. Hier waren wir doch schon. Achso, stimmt. Bevor du jetzt losrennst, ähm, die sind ein bisschen levelabhängig, ne? Ja. Level 10, Level 12, Totenschädel, Totenschädel, Totenschädel. Ja, lass das mal die Level 10. Sollen wir erst die Erreiche, Erreiche das Krankenhaus machen? Ja. Rett Marie. Dann kann ich in der Zeit noch leveln. Da steht irgendwie gar nix. bei. So, Erreiche Marie. Da müssen wir hier auf das, ähm, Travel-Schild gehen. Ja. Du musst da drauf. Achso. So, wie war denn das jetzt nochmal? Ne, nicht kleiner Bruder. Achso, Klein-Berlin, Bruder 1, Viertel. Wir machen aber, Erreiche das Krankenhaus. Dann anfangen zu rein. Ja, wir könnten aber bestimmt auch laufen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich mach einfach. Ja. Dann Anfretz Reisung, der aktuellen Ort wurde, Ort zu verlassen, wurde gesendet. Ah, Faye hat. Ja, das dauert ein bisschen. Hier leben die höchsten Offiziere und Kommandanten der Regime-Polizei. Oh, oh. Vor kurzem haben sie alle Zivilisten ausnahmslos weg geschafft. Alles wegen des Pariser Aufstands. Bitte, seid vorsichtig. Vielleicht hätten wir erst rausgehen sollen. Nein, vielleicht hätten wir einfach rausgehen sollen. Nein, vielleicht hätten wir einfach rausgehen sollen. Obenausgaben. Klein-Berlin lädt. Aber da können wir ja immer noch gucken. Wenn wir wieder in den U-Bahn sind, können wir ja immer noch Ausgangs nicht gucken. Ja, da können wir immer noch mal gucken. Verbindung. Weißt du, dann kommt das Bild, wenn ich gerade einen Schluck trinke. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, tolle Fotos, guck mal hier. Hey, von uns. Hier sind wir gesucht. Vorsicht. So, was haben wir denn hier? Aktion. Wenn du unterwegs bist, wird dich Abby manchmal kontaktieren, um Hilfe bei bestimmten Aufgaben in dem Ort bitten, in dem du dich gerade befindest. Wird eine solche Aufgabe erfüllt, bringt sie einen kleinen, aber bedeutenden Sieg gegen das Regime. Okay. So. Hey, Jess. Sof. Okay, jetzt. Vor jedem der Brüder befindet sich ein Eingangstor. Extrem hohe Sicherheitsstufe. Wenn ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr einen anderen Weg reinsuchen. So, wir haben zwei Quests. Wir müssen nach dem Krankenhaus Ausschau halten, wo das Regime diese Marianne hingeschafft hat. Ja. Bringen wir sie nach Hause. Genau, wir haben hier auch zwei Quests. Wir haben einmal das mit dem Bruder, Faye. Genau. Und einmal mit der Marianne. So, ich gehe mal eben, ich wechsle mal eben die Knarre. Welche Seite soll man denn jetzt hoch? Ich gehe hier. Sieh mich doch. Wir sollten uns nicht trennen. Ich höre schon was Böses. Ich sehe was Böses ganz vor uns. Ich bin unsichtbar. Und ihr seid. Oh nein. Oh nein. Bleib hinter mir. Er hat uns gesehen, oder? Ich weiß es noch nicht. Nee, nee, noch hat er uns nicht gesehen. Ohne meine Waffe. Er ist eine Lisa. Äh, Lessi. Lisa. Was weiß ich. Warte mal. Ich habe durch, Panzer durchschlagen, also dieser Große, die, den Großen. Hier, warte, hier ist noch ein. Ah ja. Warte, 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 warte. Na. Oh, wenn die zu nah an dir ran bin, dann furchtelt der immer. Pariser Bezirke. Die Pariser... Die Pariser... Äh, Bezirke von Neu-Paris bieten viele Aktivitäten und Deckungsmöglichkeiten, da Präsenz vom Regimetruppen ist durchgehend hoch. Und hier der Bezirk grenzt an einen schwer bewachten Eingang eines der Brüder. Um die drei Brüder zu gelangen, äh, um an die drei Brüder zu gelangen, musst du... Was muss man sich zutritt zu ihrem Eingängen verschaffen? Doch es gibt auch geheime Wege unter den Straßen. Toll. Wollen wir vielleicht wieder runter? Na, ich versuche jetzt gerade mal. Ich gucke mal gerade, ob wir... Ah, vielleicht andere Seite hätten wir. Oh, warte, bleib stehen. Bleib stehen, der kommt gerade. Ich weiß nur nicht, wie weit der läuft. Wo bist du? Ich gucke gerade was. Wie war das nochmal? Alt und... A oder so, ne? Alt und A. Alt und A, ne? Okay, da ist ein Regime... Warum kriege ich ihn nicht mehr? Das ist ein Regime, ähm... Vielleicht sollten wir doch wieder nach unten und vielleicht gucken, ob wir da unten irgendwie langkommt. Ich glaube nicht. Wir können es gerne versuchen, aber ich glaube, unten geht es nicht. Es geht zwar unterirdisch, Geheimgänge. Aber hier kommen wir halt nur zu lang. Wo denn auch? Ja, entweder gegen das komische Vieh. So, hier kommen wir ja nur auf der anderen Seite runter. Äh, raus. Aber da ist es einfacher, den einen doch zu killen, oder? Da müssen wir aber, ähm... Geht's... Du bist, glaube ich, besser im Tarnmodus als ich. Da weiß ich auch noch nicht so genau, äh? So. Vorsicht, der Viech kommt wieder. Oh, mach doch so was mit mir. Okay, der kommt auf uns zu. Der kommt auf uns zu. Der dürfen wir... Wir müssen warten, dass er sich umgedreht hat. Ah, Alter, deine Knarre nervt. Das ist... Die hab ich voll vor der Fresse. Äh... Warte, okay, okay. Ich bleib nochmal vorher stehen. Okay, da kommt... Guckt jetzt genau in unsere Richtung. Ja, da steht er. Aber ich weiß nicht, ob der weiter... Warte mal, irgendwo kommen wir hier lang. Guck mal, da ist ein Seiteneingang. Guck doch mal auf... Ja, ich bin da jetzt gerade auf... Wie ich den zum kille, Mann. Danke, Herr Linge. Ich hoffe, ich werde nicht... Ich werde gerade sichtvoll. Das ist natürlich echt doof. Oh, oh. Ich glaube, der hat mich gesehen. Kann das sein? Eingang, wo denn? Irgendwo hier müsste irgendwas sein. Irgendwo kommen wir rein. Was? Hier müssen wir reinkommen. Ja, sicher. Wir müssen uns den Eingang erkämpfen. Steht doch hier. Ach, das sind Drohnen. Okay. Drohne weg. Vorsicht. Oh, was ist denn das? Drohne weg. Ähm, Faye? Wiesel ist da. Ich muss eben nachladen. Ich muss mal eben... Ah, weg. Ich renne. Warum hab ich die Taschenlampe ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Tee wollte ich drücken. Komm, die haben aber fast down. Äh, Fayebo, bist du? Ich kämpfe gerade mit Liesel. Danke der Nachfrage. Weil ich seh dich nur im Wohnen. Ich kann mein Tee nicht benutzen. Was ich dringend müsste. Ich hab Liesel weg. Ja, ich war da auch da. Au. Das war mega cool. Da, jetzt müssen wir mal in der Nähe. Ja, ich war vor anderen Seite. Da sind wir mal... Ah, genau da meinte ich. Ja, ich konnte mich ja nicht heilen. Die ganze Zeit. Äh. Komm, ich heil dich einmal. So, die Drohnen. Sind die Drohnen weg jetzt? Da sieht es noch einer. Irgendwo ist was. Ja, ja, da kommen zwei, äh, auf uns zu. Äh, warte. Einer ist down. Oh, ich brauch dringend Heilung. Hast du eine Pokanate jetzt geworfen, der immer? Nee. Achso. Der hatte wahrscheinlich einen in der Hand. Dann gehen die auch los. Vorsicht. Da könnte sein, hat da noch welche kommen. Ja, ich seh da hinten einen. Ah, da kommen noch welche. Die Muni hab ich voll. Ich muss mal eben... Ich heil mal eben uns. Mal. Vorsicht, von der anderen Seite kommt einer. Irgendwo steht hier einer. Was siehst du? Aua. Ich seh den. Aber ich seh den. Und ich hab ihn gesehen. Ein Schuss, äh. Ah, da hinten kommt einer. Da läuft einer. Na. Wo ist er? Was? Da kann ich zielen? Ich lade erst mal nach. Das ist mir am liebsten gerade. Oh, hier ist noch irgendwas. Ah, da laufen wir. Entschuldigung. Hab ich nach Position hab ich. Alles gut. Lief doch gerade irgendwo einer. Ah, da. Da war einer. Ich lade direkt durch, äh. Und nach. Ich müsste noch irgendwo einer sagen. Wie bist du? Ich würde dir gerne Schild geben. Hier, hier. Weiter vorne. Anfang weiter nach vorne. Okay. Wir warten nur noch. Warte. Alter. Wenn du nicht. Warte hier. Ja. Hier. Hallo. Hab mal ne'ne Zeitung gefunden. Ja, ihr auch. Bitteschön. Dann schuld ist nämlich nicht ganz voll. So. Hallo mach ich auch noch mal. Ja, was? Äh, ich seh'n. Also, er sieht uns noch nicht. Ja, jetzt. Hä? Griechen hasse ich so. Tja. Schon wieder? Alter. Scharfschütze. Jetzt nicht mehr. Ja, von da oben. Oh, Vorsicht. Irgendwas kommt da. Nee, da oben ist ein Gerät. Oder? Da oben. Da oben. Ich treffe es nicht. 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 Alter.